Es handelt sich jetzt nämlich um eine wirklich tolle Frau. Wir wollen vielleicht erst mal einen kleinen Filmausschnitt zeigen von ihrer Mutter, nämlich eine der größten Schauspielerinnen überhaupt der ganzen Filmgeschichte. Ein kleiner Ausschnitt zwischen Spencer Tracy, das war ihr Partner, und Ingrid Bergmann. Was bildet er sich eigentlich ein, wer er ist? Sind Sie verletzt? Es ist doch einmal gut gegangen. Ich glaube, ich sehe sehr unordentlich aus. Sie sind also nicht verletzt. Verletzt? Ich denke doch nicht. So, das also war Ihre Mutter, und hier ist sie auch aus einem Filmausschnitt. Es ist Ihr neuestes Werk, Blue Velvet, Isabella Rossellini. Bluer than Velvet was the night. Softer than Saturn was the night. From the stars She wore blue Velvet Bluer than Velvet Were her eyes Shadows Shadows Full So Blue Blue As lonely As a Blue Blue Star Blue 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 Velvet Der Titelsong aus dem gleichnamigen Film und hier ist sie als unser Livegast in Asovas Isabella Rossellini. Willkommen, herzlich willkommen. So, Isabella, schön, dass Sie da sind. Erstmal herzlich willkommen. Ich weiß, Sie sind viel unterwegs jetzt für den neuen Film. Isabella, es ist keine Frage und es sind auch gar keine leeren Komplimente. Sie gehören zu den schönsten Frauen der Welt. Das zumindest weiß man, denn es sind unwahrscheinlich viele Zeitungen, die ihr Bild tragen. Die größten und wichtigsten Modezeitungen der Welt. Isabella, ist es für Sie wichtig, immer so auszusehen wie in den Zeitungen? Wollen Sie also immer, dass jeder weiß, das ist sie? Oder machen Sie das, was viele Models machen, nämlich bewusst zurückzunehmen? Ich kenne die ganzen Models, die gehen immer abgewaschen durch die Gegend und möglichst im Trainingsanzug und wollen gar nicht so aussehen, wie sie meistens auf den Titelbildern aussehen. Oh, no, 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 I look good. Nein, ich sehe ganz gut aus in den Zeitungen, aber so möchte ich gar nicht immer aussehen. Sie wollen also auch mal normal sein und drumlaufen, einfach wie Sie sich fühlen. Also nicht immer nur schön. Ja, das gefällt mir auch ganz gut. Sie haben jetzt einen Film gemacht, über den man sehr viel reden wird, Blue Velvet. Ich habe den Film gesehen. Das ist ein Film, der bestimmt zu Diskussionen anregt. Sie spielen eine Frau, der übel mitgespielt wird. Es gibt eine Vergewaltigungsszene. Glauben Sie, dass Sie als Frau für andere Frauen, sagen wir mal, Probleme bekommen können? Das heißt, es ist ein Film, wo es hart zur Sache geht und wo viele Frauen vielleicht sagen könnten, dass die das gemacht hat, verstehe ich nicht. Ist das für Sie ein Problem? Nein, überhaupt nicht. Haben Sie den Film gesehen? Dann bin ich überrascht, dass Sie die Frage stellen. Denn eigentlich könnte man auch die genau gegenteilige Reaktion erwarten. Ich glaube, man sollte den Frauen auch zeigen, dass sie das Problem ganz anders sehen. Ah ja, das war genau die Antwort, die mich interessiert hat. Man kann es von beiden Seiten sehen. Isabella, natürlich werden Sie oft und immer mit Ihrer Mutter verglichen. Ich wollte Sie mal etwas fragen. Sie hat zum Beispiel mit Humphrey Bogart zusammengespielt. Oh, Casablanca. Ist das ein Typ von Mann, der Ihnen noch gefallen könnte? Sehr viel. Ja, natürlich. Humphrey Bogart. Humphrey Bogart, ja. Gary Cooper ist mein Liebling. Gary Cooper ist eigentlich mein Liebling. Also doch, die Stars von gestern, die großen Bekannten, stehen Sie nicht so auf die modernen Typen wie Richard Gere vielleicht oder so? Richard Gere, no, I don't know him. Nein, den kenne ich auch gar nicht. Mit dem habe ich auch noch nicht gearbeitet. Ich habe nie mit großen Stars gearbeitet. Dennis Uppress ist ein großer Star, der in Blue Velvet mitarbeitet. Sie haben ja eigentlich sich lange dagegen gewehrt, Schauspielerin zu werden. Sie haben immer gesagt, ich bin Fotomodell, mache das auch gerne. Sind es dann doch geworden? Können Sie sich vorstellen, irgendwann nur Schauspielerin zu sein und nicht mehr zu fotografieren? Ja, es gibt ja viele Schauspieler, die kein Model sind. Und ich mache beides und es macht mir beides Spaß. Es sind zwei verschiedene Berufe. Viele Leute denken, dass das vorübergehend ist, aber man kann beides machen. Where is the lady that talks with my voice? Where is she? You're going to meet her later. Stimme spricht. Vielleicht mal einen kleinen Schluck zwischendurch? Nein, danke schön. Gut, dann ich auch nicht. Sie haben in Filmen gespielt, White Nights war einer davon. Wenn man Fotomodell ist, dann ist man einfach schön, man wird hergerichtet. In Filmen wird man kritisiert, man wird zerrissen. Manche finden es toll, manche finden es furchtbar. Ist das für Sie eine neue Erfahrung, dass Sie einfach von der Kritik zur Kenntnis genommen werden? Positiv, negativ? Macht das Spaß oder tut es manchmal weh? Manchmal habe ich das Problem, dass ich ja zwei Filme in Amerika gemacht habe, White Nights und Blue Velvet. Und wegen meiner Familie, natürlich die ganz Bekannte ist. Und vielleicht auch mein Erfolg als Model. Natürlich guckt die Presse auf mich und auch viel Kritik, positiv und negativ, wird über mich ausgeschüttet. Aber natürlich für den Anfang ist es schon ganz schön. Ich habe auch eine große Verantwortung durch meine Familie, durch den Hintergrund. Und alles, was ich mache, wird natürlich ganz genau beobachtet. Anders und mehr als bei anderen Menschen. Ich habe gelesen in irgendeiner Zeitung, dass Sie, das hat irgendeine Redakteurin einer großen Zeitung gesagt, für einen ganz neuen Trend von Frau jetzt verantwortlich sind. Die Brünetten sind wieder im Kommen und das wäre Ihnen zu verdanken, weil Sie sozusagen diesen Stil auch in den Zeitungen so geprägt haben. Ist das faszinierend, wenn man Frauen auf der ganzen Welt in irgendeiner Form so ein bisschen Vorbild ist? Das ist gar nicht, was ich für ein Typ bin. Ja, also ich würde, ja, Brünette, also in der Zeitung stand irgendwo, die Brünetten sind im Vormarsch, weil Isabella Rossellini auch so ein Typ ist und das wird sie auf der ganzen Welt jetzt durchsetzen. Ich kann Ihnen die Zeitung zeigen, ja. Wirklich? Ich denke, wo Sie das gelesen haben, war vielleicht, als ich Model wurde in Amerika vor fünf Jahren, da war es ganz beliebte, so athletische Körper zu haben und blonde. Ich bin auch nicht so dünn wie verschiedene andere. Ich habe dunkle Haare und das war damals ziemlich ungewöhnlich. Aber nachdem natürlich in der Mode sich alles ganz schnell ändert, mussten Sie einen neuen Typ rausbringen und sechs Monate später haben Sie sich ganz anders besonnen. Gut, ich hoffe, dass Ihr Typ noch lange in bleibt. Also der Film ist, ich muss es nochmal sagen, wirklich ein interessanter Film. Es ist ein Film, bei dem man sich auseinandersetzen wird und ich bin mal gespannt. In Amerika sind die Kritiken ungeheuer positiv. Es ist sicher auch ein Kritikerfilm, also Sie sind da sehr gelobt worden. Ich habe das gelesen auch, also alle sagen toll. Ich bin mal gespannt, wie das deutsche Publikum reagiert. Ich wünsche Ihnen, dass es ein Erfolg wird. Kennen Sie übrigens deutsche Popmusik? Haben Sie sich mal mit Musik aus Deutschland beschäftigt? German Popmusik? No, I don't know that. Deutsche Popmusik? Nein, kann ich nicht.